Wir haben uns ganz bewusst für EasyCube entschieden, um auch Innovationen ins Haus zu bringen. Wir sind besser geworden in der Serviceleistung. Wir sind effizienter in dem Einsatz unserer Reinigungspersonal. Und das hat sich nach den acht Monaten bewährt. Und wir sind sehr froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben.